Was ist das, was ich implantiert habe? Hier kamen sie heraus und wurden an diesen Sender Empfänger angeschlossen. Wann immer ich also meine Hand bewegte, wurden die Nervenimpulse über Funk an einen Computer übermittelt. Der Computer konnte aber auch Impulse in mein Nervensystem und somit direkt in mein Gehirn schicken. Das funktioniert perfekt. So, hier sind wir mit den Signalen. Wir haben PIN Nr. 47 gewählt. Und es ist eigentlich mit den Signalen mit meiner Hand klänzend. So, ich mache eine Faust. Danke sehr, Hand. Meine Gehirnsignale konnten gleichzeitig zwei Hände kontrollieren. Meine richtige Hand und die Roboterhand. Wenn die Roboterhand ein Objekt ergreift, spürten das die kleinen Sensoren an den Fingerkuppen der Roboterhand und die Signale wurden über den Computer zurück in mein Nervensystem geschickt, sodass mein Gehirn die Impulse wiedererkennen konnte. Je mehr die Hand zugriff, desto stärker wurden die Impulse in meinem Gehirn. Ich versuchte dann aufgrund des neuronalen Feedbacks die Roboterhand so subtil zu bewegen, dass sie ein Objekt ergreifen konnte, ohne es zu zerdrücken. Ich konnte die Hand auch aus der Ferne bewegen. Ich war in New York und die Hand war in England. Buchstäblich eine Art Körperverlängerung über den Atlantik. Ich würde gerne immer damit leben. In gewisser Weise hat es meine Fähigkeiten erweitert. Ich würde gerne nicht nur von Nervensystem zu Nervensystem kommunizieren, sondern direkt von Gehirn zu Gehirn. Vielleicht nicht nur von Nervensystem zu Nervensystem, sondern eher von Gehirn zu Gehirn. Ich würde gerne benutzen einen Kojonen-Netzern. Ja. Ein Behaviour zu sehen, was... Learning basic Behaviour... Ja. ...moving forwards... Ja. ...